Susul, hallo ihr Lieben! Die erste richtige Sims 4 Erweiterung an die Arbeit ist heute erschienen und wie bereits angekündigt, möchte ich euch da in einem Livestream in die neue Welt entführen. Mit dabei wird eine brandneue Sim-Persönlichkeit sein, die ich schon vorab erstellt habe. Den direkten Draht zu mir habt ihr wie immer über Fabi, der sich um den Chat kümmern wird und eure Fragen und Anregungen an mich weiterleitet. Ich würde mich freuen, wenn ihr heute Abend mit dabei seid. Ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt. Ich hoffe ihr auch. Bis heute Abend!